Oh, da oben ist ja auch einer. Der ist erledigt. Nachladen. Ja, ich muss auch nachladen. Stell dir vor, haben wir hier noch irgendwas? Nee, ne? Da steht jemand Unsichtbares drin, den wir nicht sehen. Den wir nicht sehen. Und dann gehen wir mal hier runter. Oh, da hat die richtige Feuer aus. Da oben ist noch eine Skyline. Wenn ich irgendwie höher raufkäme, käme ich wohl ran. Noch eine Skyline, okay. Ja, wir müssen noch weiter. Wir sind anscheinend noch nicht auf Monument Island. Ach, da müssen wir hin. Okay, ja, da muss es doch irgendwie... Dann muss es doch irgendwie da rauf gehen. Ah, hier können wir Salz da auffüllen. Ah, hier ist noch eine Leiche. Ach, Banane war da wieder drin. Ah, hab ich wieder das Ding gefressen. Wieder nicht aufgepasst. Das ist leer, Gott sei Dank. Banane. Plus Gesundheit. Ah doch, steht doch da Plus Gesundheit. Warum haben wir denn die anderen Minus Gesundheit gegeben? Gibt es vergiftete Bananen oder sowas? Möglich. Möglich ist ja alles. Wow, schon über 1000 Silver Eagle. So, hier. Ah, da können wir wahrscheinlich hoch. Jetzt könnten wir wahrscheinlich gleich weiter. Aber ich möchte natürlich erst mal hier schauen, was es hier alles gibt. Hier drinnen. In diesem Häuschen. So, die Leiche durchsuchen wir. Die ist aber leer. Oh, hier ist Silver Eagle. Oh, Ausrüstung betrachten. Umarmung des Vampirs. Nahkampfkills verleihen Gesundheit. Ah, sehr schön. Die Geldbürste nehmen wir auch mit. Cool. Ja, wieder einer. So. Da haben wir wieder Salze. Portemonnaie. 1054 Silver Eagle. Ach, und jetzt sind wir hier. Jetzt können wir weiter. Ah, okay. Dann geht's weiter. Da haben wir jetzt schon gute Ausrüstung. Auf. Abschub. Anvisieren. Y. Umkehren. Leertaste angreifen. Leertaste verlassen. Trete zurück. Trete zurück. So, wir bremsen mal. Okay, wie sie sagen, die trete zurück. Trete zurück. Trete zurück. Das läuten. Der du den Delaware überquertest mit flammendem Schwert auf Engelsflügeln. Behüte mich und gib mir Kraft. Okay. Aua, Prophet. Oh Gott. Wir sind wahrscheinlich in die Mitte. Ich weiß, was du hier willst, falscher Hirte. Ich sehe jede Sünde, die deine Seele verfinstert. Wundet nie. Wundet nie. Die Pinkertons. Auf, Mr. DeWitt. So wie Blut, der ihre ist. Wissen Sie, warum diese Männer für mich sterben? Ich habe Ihnen eine ruhmreiche Zukunft vorausgesagt. Und so sind Sie zufrieden. Was führt Sie nach Kolumbia, Bukka? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld? Das führt zu Blutvergießen, DeWitt. Aber so endet es ja immer nicht. Es endet immer mit Blutvergießen. Himmel. Du willst mein Lamm auf Abwege führen, aber dein Stab ist krumm und ein Pfad gewunden. Geh, geh zurück in das Sodom, aus dem du kamst. Okay. Aber wir werden nicht in das Sodom zurückgehen, wie du es nennst. Für uns ist es kein Sodom. Für uns ist es unsere Welt. Du bist ein Früchter. Wow. Mach doch, Scheiße. Wir werden weg zur Strecke. So. So. Boah, da kommt noch mehr. Hot Dog. Können wir hier noch nehmen? Salz. Geht nicht. Das ist alles nicht zum Aufnehmen. Silver Eagle 8. So, leidenschaftlich vergolden. Du musst die Steuerung finden, um nach Monument Island zu kommen. Ja. Kriegen wir bestimmt hin. Nicht wegkollern. Freundchen. Ähm. Da haben wir nix. Da haben wir nix. Steuerung, Steuerung, Steuerung. Da ist eine Kiste. Silver Eagle 14 Stück. 1092. Hier geht's. Keine Ahnung, schon wo Ladefläche zu sein. Wir müssen wohl hier lang. F-Tür öffnen. Ja, wir tun hier schon nix. Die mit den Propheten. Okay, ich krieg das Ding schon irgendwie flott. Der Herr vergibt alles. Aber ich bin nur ein Prophet. Ich muss nicht vergeben. Amen. 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 Was? Wow. Ach. Gott. Gott, du Gott. Da ist... Da ist offen. Ach, hier. Okay. Wow. Okay. 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 Puff. Puff. Ja, 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 ja. Betritt Monument Island. Ach, jetzt sind wir da. Gott, oh Gott. Ist das ganze Ding erst mal in die Luft geflogen. Sehr stabil scheint das ja nicht gerade zu sein, oder? Oh, so wie der Verkaufsautomaten. Puff. Gibt die Kohle. Gibt die Kohle. Silber Igel. Kränenfalle. Hilfe. Ja, ne, brauchen wir nicht. Aber wir können uns mal ein paar Salze gönnen, oder? Gönnen wir uns halt mal, ja, 25% Salze. Zweimal. Das reicht. Ist immer noch günstiger wie 100%. Und den Rest werden wir schon finden, nehme ich an. So, Bereich verlassen. Es erschien mir nicht der richtige Ort, um ein Mädchen festzuhalten. Wovor hatten diese Leute solche Angst? Ja, frage ich mich auch. Finde das Mädchen. Warum? Das frage ich mich auch. Wow. Monument Island. Ist doch immer diese Statue irgendwie im Hintergrund. Die schwebt doch immer vor uns her, oder was? Closed. Closed, closed, closed. Nicht für uns hier. Ach doch, hier kommen wir gar nicht durch. Ähm. Das ist rot. Ah, da oben. Gar nicht gesehen. Können wir da irgendwie rein? Nee, ne? So, für uns gibt's kein Aufenthalt hier. Kein Aufhalt. Niemand hält uns auf. Was steht denn da? The seat of the prophet shall sit the throne and drown in flame, the mountains of men. Ach, wieder der gleiche Spruch. Den wir schon hundertmal gelesen haben mittlerweile hier. Was hat der zu sagen? Oh, okay. Da liegen auch einige Silver Eagle rum. Was sieht der aus hier? Ah, ein Voxofon. Und ein Portemonnaie. Ich schätze, selbst in einer gesicherten Abteilung brauchen die weißen Jungs einen, der die Böden schrubbt. Diese ganzen Politiker und Wissenschaftler achten nicht darauf, was sie in meiner Gegenwart sagen, weil ich ja nur ein dummer Farbiger bin. Aber ich merke, dass sie eine Höllenangst haben vor dem Ding, das sie da oben eingesperrt haben. Ja? Ja. Sie haben einen Tiger am Schwanz gepackt und jetzt wissen sie nicht, ob sie ihn festhalten sollen oder weglaufen. Ein Tiger aber im Schwanz gepackt. Ja, das klingt mir ja nicht gerade sehr erfreulich hier. Am liebsten möchte ich jetzt schon wieder umdrehen. Die Maschine ist kaputt. Kaputt. H1, H5, H11, H17. Okay, das Beste ist mit Morphologie. Die machen doch hier keine Experimente, oder? Möchte ich nicht hoffen für die. Plus Salz. Was ist das? Voxpopulicrimeboard. Mörder 15, 20. Jim Hux. Minus 3. Attempted Murder Horde Dakoti. Okay. Was auch immer das heißt. Dann listen sie anscheinend irgendwelche Mörder auf. Irgendwelche schlechten Scherze. Ist alles kaputt hier. Der Strom klingt ein bisschen wie er es macht der Mucke. Ich, 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 ich Hebel betätigen. Warum sollten wir den Hebel betätigen? Was passiert dann? Hebel betätigen. Welchen betätigen wir? Nehmen wir den. Wow. Kompanion, okay. Poetrybook und Atleti Menke? Was? Menage, Menage. Aha. Das bleibt bestehen. Das geht nicht kaputt. Was auch immer das gebracht hat. Ich weiß es nicht. Oh, was haben wir hier? Plus Salze nehme ich nur. Das Minus-Ding nehme ich nicht an mich. Dangerous. Wow. Wo sind wir nur hier hingekommen? Das ist sowas wie ein Vorführsaal. Ein Filmprojektor, der läuft natürlich noch. Plus Salze. Projektor benutzen. Lockpick. 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 Die machen da irgendwas. Das ist ein Mädchen, oder? Eine Frau? Aha. Und die geht weg. Business and Investigating Codes. Okay. Schreibt es irgendwas auf? Mhm. Vielleicht müssen wir uns das ja ansehen. Ist das diese Lutizia, oder wie sie hieß? Spacismen Painting. Den Eiffelturm. Und was bringt das, was die macht? Mhm. Spacismen Singing. Spacismen Singing. Okay. Das interessiert mich nicht großartig, was die da macht. Das können wir mal beiseite lassen. Über diese dicken Kabel hier. Dangerous. Okay. Das hier scheint wohl das Büro zu sein. Ah, wieder so ein Voxofon. Äh, Mr. Thompson, Sir. Ich habe wie verlangt die gesamte Batteriesicherung ausgetauscht und die Lichter funktionierten alle letzte Nacht. Äh, letzte Nacht? Jetzt geht's wieder los. Wir verbraten in letzter Zeit kartonweiße Sicherung nur für den Zimpern allein. Ich kann nicht. Oh, oh Gott. Oh, was machen die mit ihr? Okay. Krank. Was haben wir hier? Ach, hier ist dieser Stuhl entwickelt worden. Na, den kennen wir doch nur zu gut. Den kennen wir doch nur zu gut mittlerweile. Dass das hier so Danger sein soll. Was haben wir hier? Ist Rotlichtmilieu oder was? Radio benutzen. Da werden einfach Fotos... Guck mal. Die beobachten sie wirklich. Aber warum? Was bringt denen das wieder? Hm. Gehen wir mal in den großen Raum. Don't approach ship and vice business. Simon is awake. Facility unsafe. Wow. Sich seine Zukunft vorzustellen ist eine Sache. Sie zu sehen ist eine andere. Denn ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird. Aber Elisabeth wird diese Saat aussehen, nicht ich. Ich werde fallen, bevor die Aufgabe erfüllt. Doch sie wird meine Rolle übernehmen. Der Herr ruft mich zu sich. Ich spüre seine Liebe in jedem meiner Tumoren. Denn sie sind das Schiff, das mich in seinen Hafen bringen wird. Und ich trete freudig ab, da ich weiß, dass Elisabeth meinen Platz auf Erden einnimmt. Doch der falsche Hirte kommt und führt meine Erde auf Abwege. Ich besteige das Schiff erst, wenn sie sicher ist vor seinen Täuschungen. Okay. Da will hier irgendeine Elisabeth beschützen. Was ist das denn für ein krankes Zeug hier? Komische Musik. Oh, riesen Lautsprecher. Do not touch this business, man. Under any circumstances. Rote Linie. Ah, wir sind schon drüber. Mach hoch oder runter. Je nachdem, wo es hier lang geht. Oh Gott. Ha. Okay. Okay, die Seite ging wieder auf. Was haben wir jetzt da? Hebel benutzen. Test Subjekt. Betrachtung. Ähm. Hm. Okay. Da ist nichts drin. Sind wir jetzt hier gelandet? Test Subjekt Tracker aktivieren. Test Subjekt Tracker. Ein kleiner Raum. Da müssen wir hin. Hä? Oh. Jetzt scheint mir jetzt alles sehr mysteriös hier zuzugehen. Wo sind wir hier eigentlich? Hey. Don't must do this close at all times. Ach so. Jetzt haben wir schon wieder so ein komisches Popcorn nehmen. Plus Gesundheit. Plus Salz. Dann wieder hier was? Hebel betätigen. Ah. Das ist sie. Die singt irgendwas, oder? Hm. Okay. Ach, die will so gerne den Eiffelturm sehen anscheinend. Ha. Dining Room. Die geht irgendwo anders lang. Dann folgen wir ihr mal. Ist das hier der Dining Room, oder? Dieses hier alles abkapseln. Quiet while a specimen is present. By order of the Columbia. Okay. Hm. Okay. Okay. Was ist? Wow. Okay. Was immer das war. Es hat nichts mit meinem Job hier zu tun. Nee. Die kann anscheinend irgendwelche Parallelwelten erschaffen, wie es aussieht. Beziehungsweise Risse zu anderen Orten. Oder sowas. Okay. Dieser Job wird immer mieser. Ja, du sagst es. Und der drimmst. riders. Ich weiß es. Wir licita- What? Ich meine nicht hat.